ja willkommen zu einem neuen video und wir wollen heute zwischen unserem step up und unserem step down eine schallkurve bauen und wir sind zu dritt also wird das halbwegs schnell gehen viel spaß mit dem video ja hier kommt man vom step up herein und dann geht es hier weiter und da jetzt eine schallkurve kommen let's go da haben wir jetzt schon das grundgerüst gebaut aus essen und jetzt müssen wir nach erde vorkommen und dann ist der anlieger fertig so Die Steilkurve ist jetzt fertig. Oder wallride. Schaut mir richtig fett aus. Ja, jetzt schaut das ganze hinten aus. Erster Test. Test-Ride. Hahaha. Yeah. Wuh! Ah, shit. Wuh! 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 Ja, das war's vom Steilkurven bauen. Das finde ich ziemlich geil geworden. Und danke auch an die Leute von Granite Gravity fürs Helfen. Die sind auf jeden Fall da irgendwo oben verlinkt. Und folgt mir auf jeden Fall auf Instagram. Da heiße ich einfach Nilspots. Ja, abonniert den Kanal. Lasst ein Like da. Und tschau. Abonniert den Kanal. Einen und auf jeden Fall. Einen. Und bei den Kanal. Zittern. Vielen Dank.